ja hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework heute mal der test von den tornado wirbeln von funke fireworks vier stück sind in der ganzen schattel enthalten richtig schönes oldschool design k2 und haben die 42 gramm da kann man es lesen wir testen einfach mal noch mal erst ein einzeln und dann versuche ich mal drei auf einmal hochgehen zu lassen ich wünsche viel spaß beim zuschauen jetzt versuchen wir mal drei auf einmal grünen aufstieg richtig geil und schön laut das heulen echt auf jeden fall sehr empfiehlt ja 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 Vielen Dank.